Hey Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt, hier, oh, willkommen auf den Kanal, jo, wie sieht's hier, voll am extra schon starten, ne, äh, voll heftig gerade, also hier, das ist ganz wichtig, weil ich, das musst du nicht lesen, wenn jemand auf den Server drauf kommen solltet, die selber IP ist, join.block city.de, ja, ich würde auch nochmal die Beschreibung packen, damit die nochmal extra nochmal was zu tun ab, oh, hier kommt man beitreten, find ich toll, ja, hake, 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 echt jetzt, okay, also Hunger Games, müsst euch jeder bewusst sein, ne, wie das geht, also läuft, glaube ich, überall gleich, oi, 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 auf der Karte hier, das mit der Brücke dort, oh ja, das mit der Brücke, genau, oh, hier hab ich mal gespielt, ich war so blöd, alter Leute, das war so peinlich, ich bin dann nachgesprungen, ja, hab gedacht, da kommt einer, springen rückwärts und gerade in so ein Loch und dann, da unten ist er Und kann man sterben? Oder ist das Sky Island oder sowas ähnliches? So im Dreck ist das halt Was sonst? Huiiii Hallo, ich war so langsam 7 6 5 4 3 2 1 Und komm Eddy Ich später mal hier Komm her Ich weiß, dass du zufrieden willst Aber ich gebe dir keinen Frieden Na los, komm her Na los, komm her Ja los, komm her Ja, ich hab dich gleich Komm her Ja Erwischt So So läuft das So Muss auslaufen Warte, was hat mehr Schaden? So oder so Ja, es war das gleich Oh, alter Heftig, alter Heftig Heftig, heftig, heftig Heftig Beine Und Helm Volleyron, Alter Und Essen Alter, heftig Wo die OP-Klamotten, man, Leute Alter Heftig Kann ich jemandem geben lassen, das ist mir egal Zu essen mitnehmen Oh, heftig, Leute, heftig So was richtiges zu essen, mal Ich könnte mir jetzt irgendwas aus Gold bauen Aber wer will schon was aus Gold Ich bin hier voll OP-Mann gerade So, da haben wir noch einen TNT holen Und dort nochmal Kann man da noch hin Ja Aber Lederhose Ich weiß nicht, ob das besser ist Ne Okay Dann, ähm Ich nochmal hier hin zu der Kiste Eine Eisenbarren Könnte mir von Nutz werden So, also mal gucken, dass ich diesmal hier nicht sterbe Ja, da Möchte mit mir Black Ops stocken Seht ihr auch, ne Aber ich hab grad keine Lust So, dann hab ich einen Ketten Das und das Das nehm ich alles nur mit, weil ich keine Lust hab, dass der das danach hat Also ein anderer Ach, wir sind nur noch zu viert Kann ich sagen Ja, ich kann nicht sagen Krass, Mann Wie immer das läuft Ah, ich verliere jedes Mal ein Leben, Alter Das ist richtig scheiße Aber Na, besser als nichts Oh, Eisenbrustpanzer, Eisenbrustpanzer Oh, ich bin, bald bin ich voll Iron Noch, äh Noch, äh Besser Diese Schuhe Hihi Ja, Moment Äh Ich hab ein Eisenschwert gefunden Ich hab ein Eisenschwert gefunden Das heißt, ich bin jetzt richtig Robopi, Mann Ähm Ähm Beim Deathmatch könnte ich eigentlich vielleicht gewinnen Wenn die hier ein Deathmatch machen Hier gab's noch keinen Deathmatch auf dem Server hier Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber wenn ich jemanden sehe, werde ich ihn so oder weit verfolgen Bis dieser seinen Geist auch gegeben hat Und dann sich zum Opfer stellt Also meine Klinge Meine Klinge Ting Ting Okay, ich bin da ein bisschen spaßdich gerade Chaotisch Spastisch Spastisch Ich möchte gleich mal irgendwo Ausschau halten Nach irgendwelchen Idioten Oh, alter fuck Verdammt Ey, alter Ne, 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 aber nicht mit mir Na, da muss man aufpassen, wie sonst was Ähm Kettenhaube Äh Verzichten So, dann das Da hingehen Aber man Richtig heftig Gucken, was da jetzt drin ist TNT nochmal TNT 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 man hier dran vorbeigelaufen bin an der kiste soll ich schon gern da ich habe wo bist du dass das hier mal gerade um noch läuft auch keine lebenswertung bekommen aber es ist ja nur noch einer ich habe gerade schritte gehört aber das waren wahrscheinlich nur einbildung noch mal was zu essen er sammelt sich jetzt bestimmt hier vor die op-restaurant zusammen so wie ich eben und die erschwert kann ich wetten mit ich wette drauf weil der wäre sonst nicht so gut gewesen und hätte den anderen da hinten erledigt und ich habe noch kein kill ist ja nicht sehr interessant gerade und ich muss ja auch was in meiner zeit anhalten also ich möchte die ganze nicht immer so zu lang machen weil er ist klar langweilig das ist ja auch langweilig nach einer zeit also das spiel selber macht spaß aber ich meine so dass zu gucken das kann ich so von anderen youtuber nie die machen das war hervorragend also großartig weiter so okay ist ja geil also gut danke leute dass sie zuguckt hat und dann ich hoffe dass es euch gefallen hat natürlich ich würde mich freuen wenn ihr einen daumen da lassen würdet oder das video teilen in dem fall es eben teilen ja oder einfach gar nichts oder so wie ihr halt möchtet oder ein abo da lassen eure sache also gut dann tschüss bis zum nächsten mal